Das Wetter mit RealEyes im Augenlaserzentrum Das Wetter mit RealEyes im Augenlaser Das Wetter mit RealEyes im Augenlaser Das Wetter mit RealEyes im Augenlaser Lady, I know what we're for But it's much harder to ignore There is a chance in the fall I won't hurt you anymore Hollywood nights were immense You can trust me and me I want to share my dreams I want to share with you On the wings of love Like dreamers do Oh Hola os Oberpfalz haben es mit meist mehr Wolken als Sonne zu tun und hier sind heute von Westen her immer wieder Schauer und Tour. Da kommen später noch örtliche Gewitter mit. Maximal 23 Grad nördlich des Maines, weiter südlich trocken, sonnig. Hier sind nur einzelne Gewitter.